Und weil Lkw-Fahrer Fehler machen können, setzen Sicherheitsforscher trotz aller technischen Hilfsmittel vor allem auf Verkehrserziehung. Künftig, so die Idee, sollen Kinder in einem Fahrradsimulator lernen, sich auf der Straße richtig zu verhalten. Der große Vorteil, hier können Kinder für sie gefährliche Situationen durchleben und trainieren, ohne wirklich in Gefahr zu geraten. Und das so realistisch, dass sogar Verkehrspolizisten beeindruckt sind. Für mich besonders eindrucksvoll war, die Polizisten haben bei einem Vorbereitungsgespräch gesagt, sie können sich gar nicht vorstellen, was wir alles erleben in der Realität, dass die Kinder einfach rechts abbiegen, wo sie links abbiegen sollten und umgekehrt. Und genau einen solchen Fall hatten wir selbst hier im Simulator. Ein Kind wusste ganz genau, er sollte eigentlich da links abbiegen, was macht es, fährt rechts ab. Noch allerdings fehlen andere Verkehrsteilnehmer wie Autos und Lkw. Die sollen bald ins System programmiert werden. Dann, so die Hoffnung, hilft der Simulator, Kinder vor Lkw zu schützen.